meine freunde willkommen zur normalen folge ultimatingers tools mit mir dem team guten tag ich habe ein bisschen off screen gefahren sieht man glaube ich so weit so dass ich jetzt ein paar erst mal den sand weg räume und erst mal ja so viel steckt und aus meinte erst mal ich dann jetzt schon für unten die diese holzfassaden 1 2 beziehungsweise ich mag es glaube ich anders wenn ich drei breit mache haben wir in dem äh fehl 3 breit aber ne nochmal hier ich weiß nicht da haben wir jetzt hier 1,2,3 hier doppelt und hier haben wir 1,2,3,4 wobei hier ist was falsch denn da kommt Cobblestone hin durch das sich dann wieder auftun 1,2,3, Doppel, 1,2,3, genau hier belaste ich es dann oder sollte ich auch drei machen 1,2,3 1,2, dann nochmal das dann nochmal das nee, falsch 3 dann hätten wir hier aber nur 2, ne 1,2,3, 1,2,3, 2 ach man, ich muss kurz an die Tür so, back in business ich hoffe ich verpeilte es nicht zusammenzuschneiden bei den Stripaufnahmen äh, 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 bei den äh, bei den Aufnahmsessions hier, ne genau da haben wir hier 3 3, äh gut, dann machen wir hier 2, ne ja, das soll so gehen 1,2,3, 2,1,2,3, ja Leute gehen äh, äh, 1,2,3 bum, bum, bum 1,2,3 bum, bum, bum da haben wir jetzt hier wieder 2 ähm das heißt wir machen hier jetzt 3 1,2,3 1,2, 1,2, äh, Moment, falsch hier hätten wir dann 3 1,2,3 1,2,3 und hier hätten wir dann halt, äh, einmal dicht im Schacht ja klingt doch gut soweit ähm so dann machen wir hier immer auch wieder erstmal 3 1,2, 3 bum 1,2,3 bum 1,2,3 bum 1,2,3 bum was schon mal wieder nicht aufgeht, ne wer jetzt gedacht dann hätten wir jetzt hier 3 bum aber wir haben jetzt hier 1,2,3 1,2,3 1,2,3 äh 1,2,3 natürlich fällt's raus 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 also 2 mal 3 und dann haben wir hier halt jetzt ein 4 ja, 4 ne, genau ähm die Glasscheiben hier, die nehme ich wenn sie gerade trotzdem weg, weil ich möchte gerne ganze Glasblöcke haben hat den Grund, damit ich dann eventuell durch die Blöcke etwas, äh, durch die Blöcke halt Kabel verstecken kann mit, äh, also die, äh, in der I.O. Kabel, ne das heißt, ich nehme mal jetzt, ich mag mal einen Farbding Tapen, nehme die mir mit hoch aufs Dach und nochmal dann an Treppen ich hab wahrscheinlich eh zu viel, äh, Oakwood gefarmt wie man mich kennt, ne aber, lieber zu viel, zu wenig ähm, was heißt genau wir sagen jetzt, wir machen erstmal was machen wir zwei Stacks zutreffen also sogar zwei Stacks, ne aber das reicht doch nicht sondern so und wenn wir dann jetzt vielleicht auch noch Nacht haben den ich jetzt eh ins Bettchen darf, ne es ist auch nicht unbedingt das Beste an der Stelle soll ich vielleicht auch aktiv lassen, den fällt mir gerade ein, also hier Glas von, äh, Glas von Tinkas, könnte auch eine Möglichkeit sein, weil, wobei eigentlich eher nicht doll Macken ist, was die Weit und aber wie wir also, wir haben natürlich hier, dass, ähm, woher dass Tinkat, genau hier, ja mal das네 ihr Glas, aber ne devemke dieselben normales計xt tot ist dann gute frage wir haben hier so ein bisschen was an kohle wir haben hier was am sand das heißt ich mag erstmal 18 wenn wir zwei üben das heißt wir machen hier einmal das und hier einmal das genau packen sollte vielleicht auch mal passieren war mal hoffen dass es reicht ja 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 Nein. Aha, Halsswagen verhindert. nicht gut im hause so Ich habe das Ding jetzt halt nur unten liegen. Ich habe das Ding jetzt halt nur unten liegen. Ich habe das Ding jetzt halt nur unten liegen. Ich gehe natürlich derselbe. So. 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 Mm, 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 mm. Na, 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 na. Na, 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 na. er hat aber wieder ab doch zu viel gemacht ne naja es macht überhaupt nix so genau das bett stelle ich mir ja wo erhebungen die die breite das bräuchten nicht mehr erst erst mal das ist auch überflüssig genau das ist halt so ein bisschen doof er war hier abbilder hat er ist den zenten so und ist es nach wie dann ist das heute ja aber 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 das würde ich hier gern irgendwie und ich mache mal noch eine neue mit dann eisenglöcken ist glaube ich besser wenn ich dann genau das heißt ich brauche noch drei eiser blöcke der eiser ohr habe ich also genug ich glaube ich wir tun sogar noch was und wenn ich einfach das ne das heißt ich brauche hier dreimal neun wer weiß es 27 das heißt 28 auch 14 erze genau denn wir verdoppeln natürlich jetzt gedacht so so dünn das wird hier oben mal kurz reingeschmissen und ich die pen so irgendwie so macht man das und dann verabschiede ich mich für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne positive bewertung da ein abo falls es noch nicht gemacht habt aktiviert die glocke wenn ihr kein weiteres video mehr verpassen wollt bis zu ende haut rein zum nächsten mal auf